sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play titanfall ähm outpost 207 attrition wieder mal hey this is a battle of attrition target and destroy all enemy forces 6 shit Da ist meine Pause ausgegangen. Gut. Oh Mann. Oh Mann ey. Werden das echte Gegner, wäre ich längst tot. Ich habe einen Arsch. Fack. Hüt. BTF. Oh Gott. Oh schlecht. Ach komm. Wo war der denn jetzt schon wieder? Richtig so. Richtig so. Off to a good start, but we're not ahead by much. Stay sharp, my friend. Wipe ready. 15 seconds. Hey, your Titan's good to go. Call it when ready. Do it, Ro. Go. Do it, Ro. It's on the way, stand by for Titanfall. Press a streak. Horns. Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Schnell! Wir müssen die Zeit nicht verletzen! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Warnig! Another Titan is attacking you! Oh fuck! Warnig! Damage core activated! Warnig! Reactor unstable! Eject! Eject! Nein! Good job, Schwalm! Back to the head! Warnig! Warnig! Scheiße! 54, okay! Ah ja! Die Slides getrocknet! Warnig! We're looking real good, team! Short of a miracle for the IFC! No way we're losing his life! Dominate! Aha! Be advised! Are you ready? 30 seconds! My first enemy, they have the detonation. I don't know if you should automatically not. The damage. The damage. Ah, of course! The damage. The damage. The damage. Man! Well done! Man! The damage. You're like... What a mess! Man! 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 schade aber auch nicht schlecht nicht schlecht 17 zu 1 ja durchaus zwei von denen konnten entkommen oder auf jeden fall einer hat es glaube ich reingeschafft hätte ich da den damage core ist denke auch alleine runter geholt aber so leider nicht und kein level ab was soll das denn also wirklich mal aber geil noch zwei kids mit der 40 mm kanone und alles klar wenn ich hier die folge ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau